Ja, und von mir aus auch, der darf auch am Anfang, der darf auch knurren, der soll aber gucken und eben, solange er nicht in die Leine springt, kannst du ihn belohnen, weil du nicht sagst, nee, du musst ganz ruhig bleiben, das funktioniert ja eh nicht. Aber wenn du sagst, diese Eskalationsleiter gehe ich langsam runter, dann kannst du ihn eben erst für knurren, dann für gucken belohnen, beziehungsweise eben, solange nichts passiert, kannst du ihn erst recht belohnen. Ja, also zu meinen bitte nicht hin. Nee, im Moment nicht, danke. Und das ist Klick für Blick, also nicht, dass er dich anguckt, natürlich guckt er dich an, wenn du das Signal gibst, also ob du jetzt klickst oder deinen Furz lässt, dann guckt er dich an. Das heißt, du holst ihn aber da nochmal aus der Situation raus. Und er kann eben Stück für Stück eben lernen, dass es besser ist, nicht zu eskalieren, weil er eben leckerlis. Ja, er mag ja leckerlis, soweit ich das weiß. Super, zeigen. So, wie spät haben wir es denn? Was? 20 vor 8? Ja. Später Feierabend. Bitte? Später Feierabend. Bei dir? Ja. Ja, wir müssen jetzt mal heim. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber ich...